Wohnen, Freizeit, Tausend Wege Selbstbestimmt leben, das heißt auch beim Wohnen und in der Freizeit selbst entscheiden. Auf diesem Weg hilft Alphanova. Die Wünsche von Kundinnen und Kunden sind Alphanova sehr wichtig. Jeder Mensch hat eigene Wünsche für Wohnen und Freizeit. Da muss die Unterstützung gut passen. Viel Betreuung oder nur ein paar Stunden. Zur richtigen Wohnform und Freizeitgestaltung führen Tausend Wege. Teilzeitbetreutes Wohnen für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung Eine psychische Beeinträchtigung macht den Alltag schwer. Das teilzeitbetreute Wohnen ist für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung die richtige Unterstützung. Der Tag wird gut eingeteilt, es gibt Hilfe im Alltag, ob das Behördenwege sind oder Fahrtbegleitung. Ein gut geschultes Team unterstützt und gibt Sicherheit in Krisen. Die persönlichen Stärken und Wünsche von Kundinnen und Kunden stehen an erster Stelle. Bewohnerinnen und Bewohner werden mit ihren Wünschen ernst genommen. So können sie auch besser die guten Seiten vom Leben annehmen. Wohnassistenz Selbstständig wohnen in der eigenen Wohnung Für Menschen mit Behinderung kann dieser Wunsch wahr werden. Die Wohnassistenz von Alphanova hilft dabei. Von der Wohnungssuche bis zum Einzug in die Wohnung. Nach dem Einzug hilft die Wohnassistenz bei der Geldplanung, beim Einrichten, im Haushalt und in der neuen Wohnumgebung. Die Wohnassistenz hilft im Alltag, ob das Behördenwege sind oder Fahrtbegleitung. Wenn es einmal eine Krise gibt, ist die Wohnassistenz da. Der Wunsch nach einer eigenen Wohnung kann wahr werden. Hermi Seniorinnen und Seniorenbegleitung Das Leben selbst nach eigenen Wünschen gestalten, egal wie alt man ist. Das ist auch für Seniorinnen und Senioren möglich. Hermi von Alphanova bietet persönliche Assistenz speziell für Seniorinnen und Senioren. Respektvoll, herzlich und professionell Oft sind im Alltag helfende Hände eine große Hilfe. Arbeiten in der Küche oder im Garten, kleine Reparaturen oder Hilfe am Computer. Assistentinnen und Assistenten helfen mit Rat und Tat und hören zu. Im Alltag aktiv bleiben ist besonders wichtig. Hermi macht einen gemütlichen Spaziergang ebenso möglich, wie den Weg zum Einkaufen, zum Friseur, zum Arzt, ins Theater oder einfach nur plaudern. Budget Plus Ohne das nötige Geld ist ein selbstbestimmtes Leben nicht möglich. Budget Plus ist eine Geldleistung für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder psychischer Beeinträchtigung. Die Menschen entscheiden selbst, wo sie beim Wohnen oder in der Freizeit Unterstützung brauchen. Alphanova unterstützt dabei, das eigene Geld selbst zu verwalten. Wofür will ich mein Geld ausgeben? Wo brauche ich Hilfe? Wie will ich unterstützt werden? Und von wem? Was will ich in meinem Leben noch erreichen? Kundinnen und Kunden können alles selbst entscheiden. Wo sie Hilfe brauchen, werden sie von Alphanova unterstützt. Bei Entscheidungen wird man nicht allein gelassen. Und so kann man den eigenen Weg sicher gehen. Budget Plus ist ein Projekt vom Land Steiermark. Inklusive Wohngemeinschaft In einer inklusiven Wohngemeinschaft von Alphanova leben vier Menschen mit und ohne Behinderung in einer großen Wohnung. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Küche, Bad, WC und Wohnzimmer werden gemeinsam genutzt. Zusammenleben, das heißt voneinander lernen, sich gegenseitig unterstützen und Verantwortung übernehmen. Die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner ohne Behinderung sind bei Alphanova beschäftigt. Für sie gibt es Teamsitzungen, Begleitgespräche und Weiterbildung. Sie helfen ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern mit Behinderung. Mitbewohnerinnen und Mitbewohner mit Behinderung bekommen zusätzlich Unterstützung von Alphanova. Stundenweise und ganz nach Wunsch. Es gibt auch Stammtische und Singletreffen. Gemeinsam sind wir stark, das gilt auch fürs Wohnen. Die Mitbewohnerin und Mitbewohnerinnen und Mitbewohnerin. Viele andere Angebote für Wohnen, Alltag und Freizeit gibt es im Internet unter www.alfanova.at Die Mitbewohnerin und Mitbewohnerin.